Hallo zusammen und willkommen. Die Gurke ist ein bekanntes Gemüse und gehört zu den Kürbisgewächsen. Wenn von dem Gemüsegurke gesprochen wird, ist zumeist die übliche Gartengurke gemeint. Die Gartengurke ist auch als Kukumber bekannt und gehört wiederum zur Gattung der Gurken. Die Gartengurke ist reich an Eiweiß und besitzt das wichtige Spurendelement Calcium. Gleichzeitig besitzt eine Gartengurke gerade einmal 15,54 Kalorien und gehört damit zu den Lebensmitteln mit geringem Brennwert. Kein Wunder, dass viele Menschen die Gurke eher als langweilig und nicht sättigend betrachten. Das stimmt allerdings nicht. Die Gurke ist ein vielseitiges Gemüse mit vielen reichhaltigen Inhaltsstoffen. Du kannst mit der Gurke sogar abnehmen. Gurken sind nicht nur in Salaten ein Hit. Die Gartengurke ist vor allem als Salatgurke bekannt und beliebt. Sie dient zur Deko des Essens und ihr wird eher eine langweilige Existenz nachgesagt. Doch Gurken können durch ihre Inhaltsstoffe noch viel mehr. Gurken wie die Schlangengurke beinhalten sogar Antioxidantien. Antioxidantien wird eine entzündungshemmende und herzschützende Wirkung nachgesagt. Des Weiteren gehört die Gurke zu den sogenannten basischen Lebensmitteln. Das bedeutet, dass sie gegen Übersäuerung helfen soll. Die Fitness- und Wellnessindustrie hat die Gurke wegen ihrer isotonischen Eigenschaften entdeckt. So wird beispielsweise Gurkenwasser als Sportdrink bzw. als sogenanntes Infused Water angeboten. Durch einen solchen Sportdrink kannst du beispielsweise das Hungergefühl dämpfen und nimmst nicht großartig Kilokalorien durch Zwischenmahlzeiten zu dir. Du musst aber keinen teuren Fitnessdrink kaufen, sondern kannst dir selbst das Infused Water bzw. das Gurkenwasser zusammenstellen. Beim Kauf von Schlangengurken bzw. Gurken generell solltest du Bio-Gurken bevorzugen. Denn in der Gurkenschale sind viele Nährstoffe enthalten, die als Inhaltsstoffe für den Trink interessant sind und verloren gehen, wenn du die Gurke schälst. Dem sogenannten Infused Water wird nachgesagt, beim Abnehmen helfen zu können und als Vitamin Wasser zu dienen. Mit Infused Water ist Wasser gemeint, das mit natürlichen Zutaten versetzt wird. Natürliche Zutaten sind in der Regel Gemüse oder Früchte, die dem Wasser Geschmack verleihen und ihre gesunden Inhaltsstoffe an das Wasser abgeben. Infused Water ist auch als Gurkenwasser erhältlich. Das Gurkenwasser kann leicht selbst gemacht werden und beispielsweise zum Detoxen und Abnehmen eingesetzt werden. Die Gartengurke, die auch unter dem Namen Salatgurke bekannt ist, enthält wichtige Mineralstoffe wie Calcium, Kalium und Phosphor. Auch mit Vitamin C kann die Salatgurke als Inhaltsstoff dienen. Zudem besitzt sie einen hohen Wasseranteil. Welche Vorteile aber nun bietet dieses sogenannte Infused Water? Infused Water hat gegenüber anderer Fitnessgetränke den Vorteil, dass es aus rein natürlichen Zutaten besteht. Des Weiteren enthält es weniger Zucker als andere Getränke und soll einen niedrigen Brennwert besitzen. Dank weniger Kalorien im Infused Water kannst du das beim Abnehmen nutzen. Um erfolgreich abzunehmen, ist es wichtig mehr Kilokalorien zu verbrauchen, als zu sich zu nehmen. Es wird im Zusammenhang mit Kalorienverbrauch von Verbrennen gesprochen. Um Kilokalorien auf gesunde Art und Weise zu verbrennen, ist ausreichend Sport wichtig. Das Infused Water in Form von Gurkenwasser kann dir helfen, weniger Kilokalorien aufzunehmen. Du füllst durch das Trinken des Wassers deinen Magen und isst in der Folge weniger. Das Gurkenwasser wird durch direkte Zugabe des Gemüses im Wasser erzeugt. Aber wie nun stellst du dieses her? Ein Gurkenwasser selbst herzustellen, ist auf verschiedene Arten möglich. Du kannst auch noch zusätzlich Zutaten wie andere Gemüsesorten hinzugeben. Als Wasser kann Mineral oder Leitungswasser genutzt werden. Du solltest unbedingt eine Bio-Gurke bzw. eine unbehandelte Gurke verwenden, wenn du die Schale mit in das Wasser geben möchtest. Wenn du keine unbehandelte Gurke nutzt, dann solltest du diese unbedingt schälen. In der Regel wird eine halbe Schlangengurke, die du klein schneiden solltest, in ca. 2 Liter Wasser gegeben. Du kannst natürlich auch mehr oder weniger Gurken nutzen, die Menge bestimmst du selbst. Du kannst das Wasser trinken, ohne es ziehen zu lassen. Es ist allerdings ratsam, das Wasser-Gurken-Gemisch in den Kühlschrank zu stellen, mindestens 2 Stunden und noch besser über Nacht ziehen lassen. In der Zeit nimmt das Wasser den Gurkengeschmack intensiver an. Du solltest das Getränk am besten innerhalb eines Tages zu dir nehmen. Es ist nicht ratsam, das selbstproduzierte Gurkenwasser über 2 Tage aufzubewahren, da sich dort Bakterien entfalten können. Zudem ist es ratsam, das Gurkenwasser zu kühlen. Kommen wir nun zur nächsten Frage, womit kann das Gurkenwasser gemixt werden? Du kannst das Gurkenwasser auch mit anderen natürlichen Zusätzen mischen, um den Geschmack etwas zu verfeinern. Es sind beispielsweise Limetten, Zitronen und Minze als weitere erfrischende Zutaten interessant. Das Minze-Limetten-Gurkenwasser ist ein leckeres Sommergetränk. Dieses hilft dir beim Entgiften und Abnehmen. Als weitere gesunde Zutat kannst du noch Ingwer verwenden. Auch bei den genannten Zutaten gilt ungespritzte bzw. unbehandelte Lebensmittel zu verwenden. Wenn du lieber eine Kombination mit Früchten suchst, dann kannst du auch ein Erdbeergurkenwasser als erfrischendes Getränk produzieren. Auch die Kombination mit Kräutern ist interessant und gibt vielleicht einen neuen Geschmack. So kommen beispielsweise Rosmarin, Basilikum und Thymian als weitere Zutaten in Frage. Basilikum enthält Antioxidantien, die gut für das Immunsystem sind. Ein Gurken-Basilikumwasser kann dir zudem beim Abnehmen helfen. Die Kombination Gurke-Thymian oder Gurke-Rosmarin ist nicht so beliebt. Diese kann aber mit Limette oder Minze besser schmecken. Wer viel Vitamin C im Wasser haben möchte, der sollte die Kombination Minze-Zitrone-Thymian-Gurke versuchen. Wer Kalium, Calcium und Eisen zu sich nehmen möchte, der liegt mit Rosmarin anstelle von Thymian richtig. Welche Vorteile hatte nun das Gurkenwasser? Gurkenwasser wird eine verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt. Doch das Gurkenwasser soll sich auch noch auf andere Bereiche der Gesundheit auswirken können. Einen wissenschaftlichen Nachweis gibt es für die nun folgenden Hinweise jedoch nicht. Die Wirkungsweise wird dem Gurkenwasser lediglich nachgesagt. Zudem ersetzt Gurkenwasser keine gesunde, ausgewogene Ernährung. Des Weiteren ist natürlich ausreichend Bewegung für die Gesundheit wichtig. Kommen wir nun zu den Vorteilen. Nummer 1. Die Inhaltsstoffe sind für Knochen gut. Für die Knochen sind Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium wichtig. Auch die Vitamine D und K werden für ein gesundes Knochenwachstum benötigt. All diese Inhaltsstoffe sind in der Gurke enthalten. Das regelmäßige Trinken von Gurkenwasser kann die Knochengesundheit unterstützen. Nummer 2. Das Gurkenwasser ist gut für das Herz. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weit verbreitet. Auf die körperliche Gesundheit können sich Sport und eine ausgewogene Ernährung positiv auswirken. Mit Gurkenwasser kannst Du etwas zu Deiner gesunden Ernährung beitragen. Bestimmte sportliche Aktivitäten wie beispielsweise Schwimmen, Fahrradfahren und Joggen können sich ebenfalls positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Nummer 3. Gurkenwasser ist gut für den Wasserhaushalt. Gurkenwasser wie auch Mineralwasser dienen zur Hydration und versorgen den menschlichen Körper mit benötigter Flüssigkeit. Wenn der Mensch zu wenig trinkt, dann besteht die Gefahr einer Dehydration. Mit Gurkenwasser kannst Du Dich ausreichend hydrieren und Deinen Durst löschen. Gerade an heißen Tagen im Sommer ist es wichtig, sich ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen, um entsprechend nicht zu dehydrieren. Wer zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, der kann beispielsweise unter Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen leiden. Mit selbstgemachten Gurkenwasser kannst Du Dich also nicht nur erfrischen, sondern beugst auch gleichzeitig vor. Dies gilt natürlich, wenn Du regelmäßig und ausreichend Gurkenwasser trinkst. Nummer 4. Gurkenwasser ist gut zur Entgiftung. Gurkenwasser wird eine verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt. Das Gurkenwasser soll zudem eine harntreibende Wirkung während einer Entgiftungskur besitzen und so Toxine aus dem Körper befördern. Generell gilt allerdings, dass Gurkenwasser kein Wundermittel ist und Entgiftungskuren sowie Diäten vorher mit einem Arzt abgesprochen werden sollten. Nummer 5. Die Mineralien und Vitamine wirken sich positiv auf die menschlichen Zellen aus. Gurken und Gurkenwasser enthalten Antioxidantien. Es ist bekannt, dass Antioxidantien positiv auf Zellen und auf die Zellalterung einwirken. Dennoch kann auch Gurkenwasser alleine nicht gegen vorzeitige Zellalterung oder Krankheiten schützen. Des Weiteren kann Gurkenwasser keine ausgewogene Ernährung oder ausreichend sportliche Aktivität ersetzen. Nummer 6. Gurkenwasser verhindert einen Vitamin- und Mineralstoffmangel. Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen kann Müdigkeit, Abgeschlagenheit und andere gesundheitliche Symptome hervorrufen. Einen Vitamin- und Mineralstoffmangel kannst Du mit einer ausgewogenen Ernährung vorbeugen. Gurkenwasser ersetzt zwar einen gesunden Lebensstil nicht, kann aber zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Denn Gurken beinhalten Vitamine wie Vitamin E, A und C. Des Weiteren sind in Gurken Phosphor und Mangan enthalten, die den Knochenbau unterstützen und positiv auf die Aufnahme von Mineralstoffen einwirken. Nummer 7. Gurkenwasser ist gut zum Abnehmen. Eine Diät sollte in keinem Fall zu einer Mangelerscheinung sowie Vitamin- und Mineralstoffarmut führen. Es ist daher ratsam, eine Diät mit einem Arzt oder einem Diät-Experten zu besprechen, um herauszufinden, wie individuell am besten Gewicht abgebaut werden kann. Gurkenwasser hat in der Regel einen niedrigen Brennwert und kann daher eingesetzt werden, um den Magen zu füllen und Zwischenmahlzeiten mit hohem Brennwert zu vermeiden. Des Weiteren kann Gurkenwasser genutzt werden, um Getränke mit hohem Brennwert, also viel Zucker zu ersetzen. Sind dann noch viele Vitamine und Mineralstoffe im Wasser, dann kann sich das positiv auf dem Körper auswirken. Nummer 8. Gurkenwasser ist gut für die Haut. Wer an trockener Haut leidet, der kann mit Gesichtscremes und den richtigen Gesichtsmasken entgegenwirken. Auch gegen Juckreiz und spannende Gesichtshaut sind mittelerhältlich. Im Zweifelsfall sollte natürlich ein Dermatologe zurate gezogen werden. Gurkenwasser hilft, wie du bereits gehört hast, dem Körper, bei der Hydrierung und das ist ebenfalls gut für die Haut. Zudem sind im Gurkenwasser Nährstoffe enthalten, denen eine positive Wirkung auf die Haut nachgesagt wird. Neben Gurkenwassers Getränk kannst du auch gekühlte Gurkenscheiben nutzen und diese auf die Augen legen. Das hilft beispielsweise gegen geschwollene Augenlider am Morgen. Unser kurzes Fazit. Gurkenwasser wird auch als Cucumber-Infused Water bezeichnet und kann mit unbehandelten Bio-Gurken selbst hergestellt werden. Die Gurke enthält wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Die Nährstoffe in der Gurke gehen in das Wasser über. Das Gurkenwasser kannst du noch mit anderen Zutaten, wie beispielsweise Limetten und Ingwer verfeinern. Das Cucumber-Infused Water ist ein kalorienarmer Drink, der beim Abnehmen helfen kann und auch als Detoxkur eingesetzt wird. Gurkenwasser ist allerdings kein Wundermittel und kann eine ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Bewegung nicht ersetzen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsbad.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.